In this place, Billy understood, they've always been here. Mein. Komm wir hier rein? Nein. Wie kann er mit dem und essen? Wie kann er überhaupt atmen? Also für einen Jumpscale dauert das ziemlich lange an. Würde er nicht mal irgendwie runter gehen oder will er einfach nur da bleiben und machen? So, jetzt aber noch. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Und ne Käste. Ah. Ich bin der Perverse? Achso. Was passiert eigentlich, wenn die Batterie mal ausläuft? Achso, das ist sozusagen... Ich bin krank. Was ist da hinten auf der Einde? Und Thorsten. Hä? Okay. Komm ich wahrscheinlich rein. Was haben wir hier? Noch ne verschlossene Tür, wer hätte damit gerechnet? Guck mal, sowas. Genau diesen Splitter. Sowas könnte ich doch hier... Die Hand ist schon dran. Sammle sowas auf. Den Nächsten, den du siehst, kannst du damit erstechen. Spitz genug ist es. Guck mal, hier sind sogar Handschellen. Das würde ich zum Beispiel machen. Der hat drei Munitionsclips, Handschellen und zwei andere Taschen, wo wahrscheinlich auch noch irgendwas nützliches drin ist. Bewege dich an eine Kante hin und mich daran versorgen. Okay. Okay, da sind ja Honey und Nanny im FKK-Bereich. Oh, du! Ich werde nicht warten, bis ich fertig bin. Ich hoffe, dass ich es für dich savee. Ich hoffe, dass ich es für dich savee. Just warte. Er ist gerade verschwunden. Ich meine jetzt nicht einfach abgehauen, aber verschwunden komplett. Ah, da ist der Torso. Oh. Er hat doch noch Beine. Nur das Ziel, Folge der Stuhlspur. Was zum Teufel? Mit sowas hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Gott always provides a way to follow the blood. Okay. Ja, Giftgas, Spielsland. Erstmal schauen wir hier unter. Siehste. Und ein Funkgerät. Das hätte ich gerne. Oh nein, das darf ich nicht haben. Warum... Alles ist hier so alt und moderig, aber hier zwischen so eine High-End... Nennen wir das. Kontaminationsdusche. Oh, das ist sogar noch eine High-End-Kamera. Naja, das heißt High-End, aber... Immerhin eine Kamera, oder... Nein, das kann man nicht mehr stehen. Ja, das darf ich nicht sagen. Ich bin jetzt hier drin. Nein, das ist ja nicht weg. Da muss ich runter. wieder. Was haben wir denn hier? Evidence? Äh, J. War das, glaube ich. War das das? Äh. Hm, hm, hm. Grant at Merkow Corpus.com Wahrscheinlich hat schon irgendein Fan oder sowas sich diese E-Mail-Adresse geholt. Wollte ich lustig finden. Einen Moment. Erstmal, ich bin ja im Irrenhaus und darf ich auch was Schädliches mit meiner Lunge machen. Hm, 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 hm. Helen, Dr. Zeichner hat mir eine, hat mir Ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient, Martin Achim Bound, hat in seiner Therapieaufgrund seit der Fingermalerei enorme Fortschritte gezeigt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine Schizoo Schizoo-affektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen werden von den Kosten für das Cluzapin Cluzapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, aber Merkhoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram Wolfram Einmal vollbluten Wachmann Das ist doch nicht so schwer irgendwie zu versuchen hier mal durchzukommen. Jetzt habe ich es doch außerdem gemacht. Aber rein von der Logik her hätte ich das, bevor ich hier runtergesprungen wäre, hätte ich mir versucht, irgendwie die Tür da hinten aufzumachen. Inactive. Okay, hier kann ich nach links und nach rechts. Was sieht ein Laden aus? Ein Schild, wo Exit draufsteht oder eine halb aufgegangene Tür mit einem komischen gruselig dran. Ja, das gruselig natürlich. Oh, Computer. Schon wieder einer? Computer, der hat wieder ein Passwort benötigt. Ein paar Akten. Sollte ich wirklich hier reingehen? Nachher kommt da wieder einer. Das nenne ich mal einen leeren Blick. In den Spenden ist nichts. Aber hier gibt es, ich habe schon gesehen, hier gibt es so viele Versteckmöglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwann nochmal vor irgendeinem fliegen muss hier drin in diesem Bereich. Was ist das? Ich glaube, ein Kartoffelsack. Oh, auch eine 3. Nee, eine Pik 9. Und noch ein toter Wachmann. mit noch mehr Handschellen. Okay, der hat eine Waffe. Warten wir erst mal kurz ab. Liegt so viel Kram rum. Es ist doch logisch, dass man sich dann versucht, irgendwie mit einem Stück Stock, äh, Holz oder mit einem Stück, äh, Stahl sich zu bewaffnen. Achso, der bleibt da drin stehen. Die Dachlatte hier. Guck mal da, da. Holz kaputt machen, dann hat man hier schon mal wieder, hat man hier eine erste Waffe. Was hat er? Ein Polizeiknöppel. Ich würde gerne wissen. Okay, ich bin still. Oh, ey, oh, ey. Ich bin nicht still. Ja, und du? Ich möchte keinen Trouble. Guck mal, Feuerlöscher. Ideale Waffe. Okay, die Kamera zeichnet sogar auf. Da! Noch mehr Waffen. Da. Ich würde mir sogar die Lampe schnappen, um noch irgendwelchen Leuten schlagen. Hi, dude. Bleib mal stehen. Doch, der hat mich nicht gesehen. Ich will so gerne um die Ecke gucken. Okay. Wo muss ich denn jetzt längs? Dadurch kann... Ich nüscht. Hm. Okay, er ist jetzt da längs gegangen. Heißt, der lässt mich eh in Ruhe. Ach du Scheiße. Wir müssen ja auch immer so gewalttätig sein müssen. Follow the blood. Hier noch irgendwo eine Batterie liegen. Ready, ready. Kommt. Nein, nein, nein. Au. Das war aber nicht nett. Wie jetzt? Verwirkt er mich nicht mehr? Naja. Laufen wir mal weiter. Sind er da drin? Schwerefeuerlöscher. Da ein ganzer Stuhl. Ah, Security ist nie gut. Okay. Wacht, da sind die beiden Nacken. Ja, Kusch. Such einen anderen Weg. Was hat er denn jetzt? Hm. Ich glaub, da muss ich längs. Toll, jetzt haben sie sich bewaffnet. Was hab ich hier? Ich hätte zumindest noch einen Feuerlöscher. Und einen Stuhl. Und einen toten Wachmann. Und noch drei Stühle. Hm. Ich glaub, ich muss da vorne links und dann rechts. So, aber erst mal, damit ich nicht mehr zensieren muss. Ich möchte gerne runtergucken. Ob das eine gute Idee ist. Die ist ja noch viel dämlicher, die Idee. Ich will da nicht hoch. Scheiße, weiter geht's nicht. Oh. Muss ich? Ich muss wahrscheinlich. Okay. Da ist eine Batterie. Jetzt hab ich so viele Batterien. Ich könnte sie auch mit Batterien totswerfen. Und ich hätte hier sogar ein Telefon, was ich... Och. Das verstehe ich nicht. Warum man nicht einfach mal eine fucking Waffe nimmt. Oh, cool. Bildschirmschoner. Ready, ready. Alles ready. Okay. Okay, ich seh niemanden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, was haben wir denn hier? Merkow Corporation, PG, Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungsorte ist wichtig für die Sicherheit vom Projekt Wallrider. Schauen Sie im Merkow Corporation Wartungshandbuch, das lese ich jetzt nicht vor, nach, oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Yay, diese Informationen. Ich höre sie klopfen, aber... Die sind da vorne. Da vorne um die Ecke. Da, wo der scheiß Pfeil ist. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Ja, toll. Tod in der Dusche. Ja, am Arsch. Das war so isolierend mit der Dunkelheit. Wartze. Wartze.